Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ar-Rasulillah, mich ist der Islam, das ist der Fernsehturm am Alexanderplatz in Berlin. Wenn ihr auch hoch hinaus wollt in eurem Leben, dann müsst ihr erstmal ein Ziel haben. Wenn ihr ein Ziel habt, dann müsst ihr daran glauben, dass ihr das Ziel erreichen könnt, mit der Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann müsst ihr standhaft sein und an eurem Ziel festhalten und beißen, sich anstrengen. Und das ist leider das Problem, was heutzutage viele haben. Sie haben kein Ziel und wenn sie ein Ziel haben, dann haben sie oft keine Hoffnung, dass sie es erreichen können. Wisst, mit der Erlaubnis von Allah könnt ihr alles erreichen. Sei es in der Schule, sei es im Job, sei es in anderen Bereichen. Deswegen strengt euch an, damit ihr auf legale Art und Weise etwas Gutes für diese Religion auf die Beine stellen könnt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa barakatuh. Assalamu alaikum wa barakatuh.